Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du solche Eier in einem Topf eigentlich richtig kochen kannst, dass diese entweder weich, wachsweich oder sogar hart gekocht sind. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige euch das Ganze einmal anhand von diesen drei gleichgroßen Eier der Größe M, doch zuvor müssen wir mal schauen, was für Kochzeiten diese überhaupt haben. Hierfür habe ich jetzt einmal diese Tabelle hier angelegt. Bei einem weichen Ei ca. 4 Minuten Kochzeit, bei wachsweich ca. 7 Minuten, bei hart gekocht ca. 10 Minuten und wenn dann ein Ei nun die Größe S hat, also etwas kleiner ist, eine Minute einfach hier abziehen und bei Größe L, also etwas größer, eine Minute zu diesen Zeiten hinzurechnen. Doch genug geredet, jetzt den Topf erstmal mit heißem Wasser füllen, sodass die Eier danach auch wirklich komplett bedeckt sind und dann diesen am besten mit einem Deckel drauf auf unseren Herd stellen und das alles einmal zum Kochen bringen. Das Wasser kocht, ich nehme jetzt mal den Deckel ab und jetzt vorsichtig am besten mit einem Schaumlöffler mal die ganzen Eier hier hineingeben. Nur darauf achten, dass sie nicht zu stark auf den Boden knallen, da sie sonst natürlich kaputt gehen würden. Und ganz wichtig, jetzt erstmal noch meinen Timer stellen. Vier Minuten sind um und jetzt kann ich schon mal das erste Ei hinausnehmen. Deckel auf, wieder mit dem Schaumlöffel hineingehen und dieses Ei gebe ich jetzt einmal in einen Behälter mit lauwarmem Wasser, dass dieses noch etwas abkühlen kann und wir machen weiter. Sieben Minuten sind um, weswegen jetzt das wachsweiche Eier rauskommt und nach zehn Minuten wird das hartgekochte Ei entnommen. Jetzt die Eier am besten mal in einen Eierbecher geben und damit so einem speziellen Eierköpfer hier alle drei aufschlagen. Und wir können unsere Eier mit einem scharfen Messer hier ganz leicht aufhebeln. Hier für etwas in diese Säubruchstelle reingehen und schon ist das Ei offen. Wie du sehen kannst, hier auf der rechten Seite, das Ei ist noch sehr weich, in der Mitte ist es auf jeden Fall wachsweich und hier auf der linken Seite ist es schön hart gekocht, so wie wir es auch haben wollten. Wenn du dir jetzt übrigens für zu Hause so einen hochwertigen Kochtopf, einen Schaumlöffel, einen Eierköpfer oder auch so einen Eierbecher hier zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellung zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra in ein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersiedeln hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast. Ich�데